Jetzt gehts los. Ausgerüstet. Kein Zurück mehr? Kein Zurück mehr. Jetzt musst du durch. Das gehört eigentlich dir, oder? Nee. Du hast bereitwillig dafür eingeschwimt, plackst aufs Kletter in der Halle. Du willst bei deinem Gudi am Startag, du sollst das machen. Du hast ja auch gleich Spaß. Gleich am Felsen. Ich will da nicht zur. Du hast mitgeklettert in der Halle? Absolut. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Hangen wir beim Felsen an. Ich wollte dich da unbedingt an den Felsen. Gehen wir nächste Woche in der Halle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. viral bringen, wenn du es nicht überlebt gute voraussetzung bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, es lief super. Ja, ein Schiff unten. Wurde mein Arsch auch mal ein bisschen begutachtet. Sogenannte Baurerdekolleté. Sauerstoff erstmal. Verzeihung, die nächste Wand wird bestiegen. Ah, haben wir noch ein bisschen was. Was sagst du, schön amüsiert? Ich sag ja, nein, ich hab mitgefiebert. Aber es soll ja darum gehen, um Grenzerfahrungen. Und die hat sie definitiv für dich. Ja, noch nie geklettert. Noch nie. Und... Ja, das war geil. War richtig geil. An deine beiden Mitstreitern, muss ich sagen. Also... Nächste Wand. Was denn was er jetzt noch macht? Viertel eins jetzt. Also er hat noch ein wenig Zeit. Haben noch ein bisschen. Schönes Frühstück. Ne, ich hab mir das Klettern rausgesucht. Es geht um Grenzerfahrungen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe höchsten Respekt vor Kletterern. Und... Habe ich immer mehr. Habe ich immer mehr. Wahnsinn. Aber... Ich würde sagen, gehen wir noch mal rein. Haben wir noch ein paar Wände zu beklettern. Stalker? Hä? Hängst du auch so in den Wohnblocks? Fotografierst ein paar Leute? Haben sie ein Schlüsselloch? Schlüsselloch? Ja, ja. Ne, ich hab einen Auftrag. Deswegen hast du mein Maurerdekolleté fotografiert. Alles. Das sind immer solche Momente, wo einfach nichts ist. Wo man denkt, hier geht es nicht weiter. Ja. Aber wenn man dann die Stufe geschafft hat, dann ist das wie ein Länderspiel. Das läuft von selbst. Ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss der Kameramann mal herunterkommen. Mimmi, komm, auf geht's. Zeig. Zeig, was du kannst. An meinen Krenterfahrungen. Wo ist das Beste für die Besten schon? Ah, so. Ja, dann Vorsicht. Einen Schritt nach dem anderen her. Bist nie abgesichert? Ohne Sicherung. Heimlich ist dein Unfall abgeschlossen irgendwo. Super gemacht. Ja. Oh. Ich bin gerade zum Glück im Training. Ja. Mach dich die letzten Tage nicht? Dann. Ja. Dann geht's. Ey. Ja. 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 Ja, und? Wie war's? Wie laufen lernen? Aber. Aber ich kann's schon. Oh, der erste Block. Ja, war gut. So, jetzt geht's. 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 So, jetzt geht's.